Ja, schaut ganz gut aus. Bei Simon wissen wir das ja. Deswegen kann der weg. Dann kann er aber am nächsten weitermachen. Bei Minkwitz. So hätten wir es auch. Jugendgeschichte, wie gesagt, habe ich gemacht. Aber da müssen wir natürlich jetzt gerade noch die Leute rausschmeißen. Was mir eigentlich schon so ein bisschen schwerfällt. Aber es ist halt so, ne? Stefan Fischl nach Hause schicken. Finn Thunhofer, nicht traurig sein, nach Hause schicken. Ihr seid alle auf der List. Ihr kommt alle wieder. Georg Rethart, nach Hause schicken. So, jetzt haben wir das Problem Bank. Ich glaube, Bank sollte ich erstmal lassen. Der hier kann auch weg. Der Abdelbazial. Warte, weg da. Movalet. Geiler Name. Den kann er dann woanders auf seinen Vertrag schreiben. Also nicht mehr bei uns. So, das lasse ich mal stehen. Und jetzt kommt natürlich das große. Das große Package. Ich glaube, das wird mal eine viele Stunde dauern, bis ich die alle rausgeschmissen habe. Ich würde gerne hier so eine Klammer machen. Also wisst ihr, wie bei ihm im Internet irgendwie so langziehen oder im Internet Explorer oder sonst irgendwas. Dateimanager, dass man die einfach alles, ähm, kann ich die überhaupt? Ne, kann ich nicht. Ne, kann ich auch mit STRG nicht machen. Dass man die alle rausschmeißen könnte. Das wäre irgendwie einfacher. So, die fliegen jetzt alle hier. Ich würde es gerne beschleunigen, aber das geht leider nicht. Aber es ist ja nicht so viel. So, alle weg. Gott sei Dank kostet es kein Geld. Ich kann das auch in der zweiten Mannschaft nochmal machen mit den Leuten, die ich nicht brauche. Der war glaube ich noch 15. Da konnte ich gar nichts anderes machen. Bei den anderen könnte ich sagen, hier Vertragsverhandlungen. Oder in Kader berufen. Dass ich dann der zweiten nochmal was rausschmeiße. Bei dem auch 15. Da war es genauso. So, jetzt haben wir so fast alle. So, Rostbrich hat sich verletzt. Das ist quasi dann auch seine letzte Amtshandlung gewesen, sich da eine Verletzung zu holen. So, nach Hause schicken. Ich habe ja vorher sortiert. Also die besten Männer, was zumindest der Jugendmann hier glaubt, sind jetzt noch da. Also klar, hier, Kaipio, der bleibt. Rüsen ist gut genug, Schuldig ist gut genug, Siemens ist gut genug. Ansonsten keiner. Also so habe ich das jetzt verstanden. Dass wir mindestens da drei volle Talentstände brauchen. Ansonsten taugt es nichts. Die müssen wir natürlich dann verpflichten hier. Ist logisch. Also Schuldig nicht. Der könnte noch ein Jahr hier spielen. Da muss ich einfach mal wissen, was in der zweiten Mannschaft abgeht. Ja, und Siemens ist auch nicht schlecht. Aber Schuldig, der ist richtig geil, weil der 15 ist, ne? Der 15 ist. Die gehen alle hoch, dann in die A-Jugend. Das heißt, ja, wenn ich sie nicht vorher rausgeschmissen habe, natürlich. Nö, ich glaube, das natürlich macht es Sinn. Und ich finde es klasse, dass ihr mich auch daran erinnert, an Geschichten, die ich nie wirklich beachtet habe. Weil das natürlich auch Qualität ausmacht. Für das Let's Play hier. Und das ist ja auch von Anfang an so ausgelegt gewesen, dass ihr sagt, und ich mache. Natürlich nicht alles, weil es wäre dann quasi so fangesteuert. Aber vieles lässt sich einfach sehr gut umsetzen. Und das ist ein Teil davon. So, dann sollte ich den BV Kloppenburg gucken. Das können wir, glaube ich, ganz einfach machen. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Nord. Oh, ne, ich glaube, Nord ist er. Nord-Ost kann nicht sein. Da ist BV Kloppenburg. Wir sind auf der Platz 2. Man könnte auch der Position 2 sagen, aber der Platz 2 klingt auch schön. So, wir haben ja natürlich überhaupt nichts gescoutet. Da haben wir einen mit einer 70. Normalerweise müsste ich 2. Boah, ey, ey, hier. Guck mal, Sündberg. Ich habe dazugelernt. Ich habe dazugelernt. Der muss gescoutet werden hier. So, scoutet den bitte. Den schieben wir gleich nochmal ganz nach oben. Weil das ist geil. Der wird mit einer 70 angezeigt. Ist ein Schwede von Kloppenburg. Wo haben die den denn her? Da haben wir noch einen hier. Konak. Nuri Konak hat auch eine 70. Machen wir auch mal. Ich schmeiße, glaube ich, mal das ganze Gedöns raus, was ich da nicht scouten will. Ich mache das, glaube ich, einfach mal. Was mir irgendwie nicht gerade so in den Kram passt, der wird rausgeschmissen. Dass man sich dann lieber auf so Sachen hier stürzt. Die wirklich Sinn machen. Die wirklich sinnvoll sind zum scouten. Ja, beim Tim Wernke lasse ich das mal. Ich meine, ich kenne den Spieler. Der wurde mir schon mal vorgeschlagen. Aber der ist halt auch schon 27. Und das, wie gesagt, verpflichten wir ja nicht mehr. Mit RB Leipzig. Das ist ja dann quasi der Fahrplan. Der von Ralf Rangnick auch nochmal im Interview bestätigt wurde vor kurzem, was mir geschickt wurde. Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. So. Schönes Ding. Also danke für den Tipp mit Kloppenburg. Also das freut mich jetzt. Also wenn der nur annähernd irgendwie eine 62 oder sonst irgendwas hätte, der Schwede. Holen. Sofort. Okay. Ich muss gerade auf meinen Zettel gucken. So. Ich schmeiße jetzt mal hier alle raus. Was ich nicht unbedingt muss. Also das ist, glaube ich, nicht schlecht. Die Dortmunder hier, die waren auch jung. Machinko. Machinko. Keins kann ich rausschmeißen. Bichiki von Manchester City. Lasse ich mal drin. Die ganzen Liverpool-Jungs hier. Und Selalem. Lasse ich auch mal drin. Tim Dearsen. Vitiello. Weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Weg. Vitra weg. Und ich glaube, Guaida auch weg. Und ne, die wollen wir auch nicht bis 10 haben. Dann werden die jetzt mal bis oben hingeschoben. So. Nuri Konak auch noch. Minkwitz. Äh. Was war mit dem? Ja, wird mir da 70 angegeben. Ist 20. Weil er ausläuft. Ne, den muss ich wissen. Den muss ich wissen. Also bleibt der mal hier stehen. Ja, der Rest sieht ganz gut aus. Das sind nämlich jetzt glaube ich wirklich nur noch Jugendspieler. Ich glaube, der ist auch 19 oder so. Ja. Rechts außen sehr flexibel. Deswegen will ich das auch wissen. Ähm. Also gescoutet werden jetzt wirklich nur noch Jungs, die so 19, 20 jünger noch irgendwas sind. Also sonst macht das keinen Sinn. Das kannst du dir dann so zusammenbasteln. Wenn du irgendwelche Spieler siehst, können die was oder können die nix. Das siehst du einfach an den Statistiken und sonst irgendwas. Ja. Finde ich doch ganz gut. Dann haben wir da auch nicht wieder diesen riesen Klotz an irgendwelchen Scouting-Aufträgen, was natürlich auch ewig dauert. Das ist schon richtig. Okay. Ich glaube, ich habe alles gemacht. Bis auf den Notenschnitt, den ich euch zeigen sollte. Und den ich auch sehr gerne mal selber sehen wollte. Nice, don't. Da haben wir es. Dann sehen wir die Spiele, die gemacht wurden und dann die Note. Ja, was natürlich auffällt. Ähm. Die Jungs, die natürlich neu sind. Die können natürlich noch keine Note haben. Zumindest nicht die, die eben nicht eingesetzt worden sind. Also das ist schon, ähm, ja. Auffällig. Vor allem, wenn man mal guckt bei Papa. 7,2 Spiele gemacht. 3,43 in der Durchschnittsnote. Bei Steffen Lang sieht es zum Beispiel wieder gut aus. 2,94. Wenn die blöde Sau nicht so viel verdienen wollte. Aber genau das können wir jetzt nochmal probieren. So. Ich mache nochmal alles hier weg. Erste Mannschaft. Das war nämlich auch noch so ein Punkt. Ich soll hier alles auf Maximal setzen. So. Unverkäuflich. Das muss ich gleich noch wegmachen. Ähm. Die Minimale auch. Die Minimale muss auch hoch. Ich kann mal hier noch einen runtergehen, dass das nicht unverkäuflich ist. Das ist, glaube ich, besser. Und jetzt eben wirklich die, äh, stärksten hier nehmen. Steffen Lang, Jopek. Und nominell wäre das momentan Demme. Aber ich glaube, da nehme ich Timo Werner. Weil das ist momentan einfach nur deswegen so, weil der verletzt war. Also Timo Werner. Unverkäuflich. Ich kann das nochmal kurz erklären, warum ich das nicht immer bis ganz nach oben mache. Vor allem nicht die Minimale. Weil ich immer Angst habe, dass dann zu viel abgelehnt wird. Und die das mir negativ angreifen. So, Jopek auch noch. So. Kommen wir ganz gut mit Leben. 3,8 Millionen Marktwert bei Timo Werner. Dann haben wir Steffen Lang 1,9. 1,1. TAP und Jopek. Und dann Pausen mit 1,3. So, ich hoffe mal, dass es stimmt. Also, dass es nach Stärke sortiert werden sollte und nicht nach Marktwert. Ich kann natürlich auch sagen, wenn es Marktwert ist, dann haben wir halt eine Pause nicht drin. Dann haben wir den, äh, Jopek drin. Ich kann das auch schnell noch ändern. Dann ist es, glaube ich, dann für jeden richtig. So, dass man dann sagt. Er nicht. Er ist einfach nur eingestellt. So. 1,1. Warum war das gerade gleich? Hä? Habe ich das jetzt nicht abgeschlossen oder was? Ablösseforderung einstellen. Muss ich hier natürlich noch höher gehen. So, Anschlag. So, 2,2. 1,6,5. So, jetzt müsste es weg sein. Genau. Jetzt kann ich... Anthony Jung hat keine Minimale. Was ist das denn? Warum hat denn der keine Minimale? Ist ja immer schief gelaufen. Stellen wir es halt so ein. Es ist schon auf... Jetzt ist es richtig. So. Warum stand es da eben nicht? Da muss ein Bug sein oder sonst irgendwas. So, mach mal Pausen. Gefällt mir auch ganz gut, dass der unverkäuflich ist. Das sind halt einfach jetzt die besten Jungs hier. Und mit Steffen Lang, 20 Jahren, 19 Jahre, 17 Jahre. Das ist die Zukunft von RB Leipzig. Ich weiß gar nicht. Zweite Mannschaft. Lohnt sich das auch, das da auch zu machen? Nö, das lohnt sich, glaube ich, da nicht. Weil ich will die ja loswerden. Also einige davon. Deswegen. Also wir machen hier drei, glaube ich, vier. Und hier zwei. Passt schon. Gucken wir mal, was die zweite Mannschaft macht. Ich hoffe positiv. Nee. Gegen die zweite vom HSV haben sie gespielt. Ja. Das ist natürlich schwer. Vor allem auswärts. Ja, da sind wir wieder. Erste Mannschaft. Noten können wir noch sehen. Gehen wir wieder zurück hier auf Standard. Das habe ich auch geändert. Handy ist weg. Sperre und Verletzungen sind da. Ich habe die letzten sechs Spiele reingemacht. Und auch nochmal die Finanzen. Dass wir sehen können, was wir diese Woche ausgegeben haben. Was wir eingenommen haben. Und quasi wie hier die Prognose aussieht. Und auch, ja, wie die Zufriedenheit einfach ist. Ich glaube, das macht Sinn. Das Handy, das stimmt. Das ist Blödsinn. Also das ist, wenn du irgendwelche Erfolge holen kannst. Aber ganz ehrlich, da musst du wirklich kein Schwein mehr nachgucken. Und es sind dann auch teilweise jetzt einfach, ja, Sachen, die du da erreichen kannst. Das schaffst du jetzt gar nicht mehr. Und das ist auch unwichtig, weil ich habe sowieso alles gekauft. Also die Münzen hier oben sind Quatsch. Die würde ich mir gerne, wenn es so Coins wären, würde ich die gerne ein paar Nullen hinten dran machen. Und mir die quasi ins Food Let's Play reinschreiben lassen. Ins Ultimate Team. So, Jonas Klein war wieder der beste Spieler, aber er konnte es auch nicht verhindern. 1,5. Mir ist es nicht entgangen. Also da habe ich öfters gelesen, dass ihr euch den wünscht. In der ersten Mannschaft im Kasten. Ja, das wird irgendwann natürlich passieren. Wenn der so weitermacht, dann kann ich gar nicht mehr anders, als den zu berufen. 62, ja, mit 17. Da hat sich der Heinze verletzt. Machen wir gerade durch hier. Ja, es ist ja keine schlechte Mannschaft. Es ist ja keine schlechte Mannschaft. 627. Aber es klappt einfach nicht. Ich glaube, ich muss den Jugendmenschen rausschmeißen. Ich glaube, der kann einfach nichts. Der hat eine 59. Also das ist, lieber erstmal gucken, ob hier einer ist, der das machen könnte. Suche. Amateurtrainer. Ja, da sind nicht so viele. Aber ich glaube, das können ja auch die normalen Co-Trainer machen. Trainerstab. Da können wir mal alle machen oder so. Trainerstab. So, jetzt können wir mal gucken. Talent. Steven Hamann. Christian Barbarz. Nee, das muss schon irgendwas Gutes sein, glaube ich. Der hier, ne? Benjamin Geis. 4, 3, 2, 1. Wir bräuchten natürlich irgendwie, aber das lässt sich nicht umsetzen. Das lässt sich nicht umsetzen, dass du einen findest, der das System perfektioniert hat, was wir spielen. Nee, also der gefällt mir schon ganz gut hier. Der Geis. Könnten mal holen. Mal gucken, was hat denn der beim Amateur? Äh, das ist wahrscheinlich Amateurtrainer 78. Er hat der 78. Wenn ich mir so einen alten Sack da hinsetze, ist auch nicht so toll. 59 hier. Er hier. Spiel defensiv. Spielertraining 97. Das ist krass. So, was hat er denn? Amateurtrainer. Auch nur eine 78, ne? Wen hatte ich denn vorher geguckt? Das war der hier, glaube ich. Der Geis. Der ist zwei Jahre jünger. Da spielt er drin in 98. Ja gut, dann müssen wir den nehmen, glaube ich. Ja, dann. Bereiten wir den guten Mann doch mal selig darauf vor, dass er jetzt rausgeschmissen wird. 12.000? Das läuft. Das läuft. Ich gehe mal hier höher. Aber ich glaube, die wollen uns auch alle nicht. Haben wir ja gesehen. Also sobald die dann über eine 90 kommen, ja, kann ich mir nicht vorstellen. Tom Laurito. Spielertraining 97. Hat aber nur dreieinhalb Talents der, ne? Aber der kann sich natürlich trotzdem entwickeln wie eine Sau, ne? Der hat 86. Und ist zwölf Jahre jünger als H-Mann. Ja. Ja, würde gehen, ne? Würde gehen. Amateurtrainer hat eine 80. Also wäre da nominell auch besser. Da war wieder mein Lieblingswort. Wir machen vier Prozent. Der will einiges an Kohle haben. Ich denke mal bis 2015. Damit man flexibel bleibt. Oh Gott, ja. Das ist viel Geld. Viel Geld ist das. 270.000. Kann ich das verantworten? Kann ich so viel Geld ausgeben, ne? Also, wenn man guckt, 538.000. Ist sehr viel Kohle. Wenn ich jetzt mal gucke bei dem hier. 215. Auch nicht viel weniger. Auch nicht viel weniger. Und Benjamin Geis hätte 215. Ja, dann nehme ich doch lieber den hier, der mir lange Zeit was bringt, ne? Der einfach jünger ist. Jetzt ist es runtergegangen. Ne, ist es nicht. Ist es nicht? Anscheinend hat er so ein bisschen das verändert. Eben war nämlich 260, oder was stand doch da schon? Ja, jetzt geht's wieder hoch. Ja, ja, klar. Ne, ne. Das war einfach nur... Ich versuche das mal mit dem Wert hier. 220. Und dann eine dicke Erhöhung. 6%. Bis zu 15. Amateurtrainer. Soll er mal annehmen. 220. Wir wollen ja nicht sparen, aber wir wollen auch nicht das Geld aus dem Fenster schmeißen. Alles so ein bisschen in schönen Rahmen. Amateurtrainer, ja. Ich hoffe, wir bekommen den. Das wäre ein Schub für die zweite. Ein dicker Schub. Und das wollen wir ja haben. Ach, Mensch, Steffen Lang macht mir echt Sorge. Macht mir echt Sorge. Also muss ich eigentlich fast den Schreier spielen lassen. Ich gucke mal gerade hier. Genau, linker Verteidiger. Das sollte ich ja auch gucken, dass die da öfters eingewechselt werden. Dass sie das einspielen können. Dass ich einfach dann nicht mehr Linksverteidiger, Rechtsverteidiger mitnehmen muss auf die Bank. Damit einer von denen auf jeden Fall, oder alle am besten, beide Seiten spielen können. Also bei dem hier mit seinem linken Fuß drei. Das ist auf jeden Fall schon in der Richtung. Wen hatten wir denn noch? Wen hatten wir denn noch für die Seite? Gut, Schreier. Und ich weiß gar nicht. Sumo Salo noch? Ja gut, er könnte 66. Also er hat eigentlich da die gleiche Stärke. Er muss es halt nur einspielen. Rechter Verteidiger. Oder linker Verteidiger wollte ich, glaube ich, haben, ne? Er ist ja linker Verteidiger. Ich bin auch so lustig. Wir hatten rechter Verteidiger natürlich dann. Und der hat auch noch gar keinen Trainingsziel. Habe ich da gepennt? Anscheinend habe ich da gepennt. Ja, oh Gott, das sieht schon ganz gut aus bei ihm. Habe ich denn für den Rest auch keine gegeben? Guck mal, kurz einfach mal stichprobenmäßig bei Dämme gucken. Ne, da habe ich gemacht. Also anscheinend wirklich nur den armen Finn hier vergessen. Er wird sich bedanken. Team Dynamik. 125 ist ein bisschen gefallen. So, trainierst sensationell. Großes Lob. Einfach mal. Hat nicht so gut geklappt. So, gönntet ihr in Pause? Ne. Äh, körperlich stärker werden. Für den Verteidiger wichtig. Hätte ich bei Dämme auch machen sollen. So, was ist hier? Stärker werden. So, wenn hier noch irgendwo was geht mit er soll hier im Training alles geben, mache ich natürlich das erst. Aber ich glaube, das haben wir schon. Das haben wir, glaube ich, schon gemacht. So, ich glaube, ihn können wir mal ein bisschen loben. Weil der bröckelt uns auch so ein bisschen da durch die Gegend. Positiv ist auf jeden Fall, dass er nicht mehr verfeindet ist mit Anthony Jung. Ganz wichtig. Das hätte er gar nicht gebraucht. Hierarchie. Fran ist nach wie vor hier bei. Bei einem los ist einflussreich. Ja, wir müssten mal gucken, was wir mit dem machen. Der ist bis 2016 gebunden. Wenn ich das ganze Ding jetzt verlängere, ne? Der wird mit Sicherheit nicht weniger akzeptieren, als er jetzt verdient. Und das ist schon richtig. Also, solange der auf der Bank sitzt, fördert das natürlich jetzt das Gemecker der anderen. Weil die denken, ja, wenn der Kapitän auf der Bank sitzt und so viel verdient. Ich leiste ja mehr als der Typ. Also, raus mit der Kohle. Es macht Sinn. Ihr habt schon recht da. Da ist wirklich jetzt Vorsicht geboten. Waldschmidt haben wir vorne im Sturm. Nach wie vor. Werner ist noch angeschlagen. Er ist von der Form auch nicht so. Das heißt, macht keinen Sinn, den jetzt da mitzunehmen. Demme. 15er Form. Kimmich, 13er Form. Also, ihr habt euch dafür ausgesprochen, dass der auch spielen soll, der Joshua Kimmich. Er hat es auch verdient nach der tollen Hinrunde. Und wie ich gesagt habe, er kennt einfach die Mannschaft. Und mit der Leistung eben hat er es nochmal bestätigt. Bei Demme hoffe ich einfach drauf, dass der vor allen Dingen auch die Stärke beibehält. Und so ein bisschen Lügen straft, ne? Also, dass er mit so einem zweieinhalb Talentstern nichts mehr werden kann. Oder nichts Großes mehr werden kann. Dass einfach die Leute, die mehr Talent haben, Herr Mahmoud hier, Mahmoud Dahoud zum Beispiel, mit 18 Jahren schon eine 63 hat. Und natürlich auch der Karason. Der, wo ich wirklich froh bin, dass wir den gefunden haben, dass wir den einsetzen können. Also, Fähigkeiten 70 als offensives Mittelfeld, Fähigkeiten 69 auf der Position. Das ist, ja, das ist unser bester Zentraler eigentlich. Deswegen soll er das auch trainieren. Also, das war wirklich ein Top. Ein Topmann. Eine Topverpflichtung. 750.000 wert. Wir haben 290 bezahlt. Und er hat noch kein richtiges Pflichtspiel gemacht. Also, da ist einiges noch vorhanden an Entwicklungspotenzial. Ich verlange nicht mehr hier. Kapitänsprüfen. Der ist so doof, das zu bestehen. Der ist unglaublich doof, der Typ. Ja, gehen wir mal essen. Gehen wir mal essen. Dann ist die auch mal wieder für fünf Monate zufrieden. Dann passt es schon. Ja, jetzt kommt es an Pauli. Wir müssen jetzt natürlich den Schwung mitnehmen. Den wir aufgenommen haben. Gegen den zweiten zu gewinnen zu Hause. Das war natürlich ein Big Point. Aber jetzt wird es nicht einfach. Die haben nämlich zwei wahnsinnig gefährliche Angreifer. Und die haben eine wahnsinnig gute Innenverteidigung. Iskiedos. Carlos Iskiedos. Und Florian Mohr. Das ist der erfahrene Part in der Abwehr hinten. Mit sehr, sehr guten Werten beim Zweikampf und bei Kopfballpräzision. Also, da brauchst du, glaube ich, mit Flanken nicht anfangen. Bei dem. Und den Schauner hinten drin. Der ist ja auch gefühlt 2 Meter groß. Und, ja, gestandene Zweitligaspieler. Überall, wo du guckst. Die zwei Ex-Führter hier. Nährig und Nöte. Und Lennarty. Der die meisten Tore geschossen hat. Negativ Torriger 77. Leckt mich doch sonst wo. Das ist schon Hammer. Ja, wen blockst du jetzt da wieder ab? Also, wir haben keinen offensiven Mittelfeldspieler. Das heißt, es wäre kein Problem, einen von den Stürmern hier zuzudecken. So, Lennarty nehme ich jetzt mal, weil Nöte bereitet vor. Irgendeinen musste ja nehmen. Und er ist für mich der Gefährlichere. Wir werden es ja sehen. Was ich noch nicht genau weiß, was mache ich denn jetzt? Mache ich jetzt ein 3D-Spiel? Oder bewahre ich mir das auf, zum Beispiel für Ingolstadt? Weil Ingolstadt eigentlich ja momentan nach der Partie gegen Aue jetzt unser härtester Verfolger ist. Mal schauen, mal schauen. Einen Spieler habe ich noch, den ich gucken wollte. Das war ein Tipp. Ich springe hier hin und her. Das ist unfassbar. Die sind nach Position geordnet. Das wollte ich so auch haben. Im Sturm vorne. Joel Poyanpalo. Bayer Leverkusen 2. Der soll angeblich auf der Transferliste sein. Beziehungsweise, er soll nicht so viel kosten. 16 Spiele, 4 Tore. Was jetzt nicht so wahnsinnig viel ist für eine 3. Liga. Der hat ja vorher schon 2. Liga gespielt. Für Ahlen. Da hat er nämlich 32 Spiele gemacht. 14 Tore. Also das ist relativ schwach, was der momentan spielt. Da in der 2. Mannschaft. Ja, wir können mal gucken, was die Durchschnittsnote sagt. Das sehen wir hier. Da hat er ein Tor gemacht. Eine Vorlage ist eingenehm. Ne, was ist es denn? Der wird nur eingewechselt oder was? Das ist natürlich echt. Ne. Also ich denke mal, da hat sich das ganze Ding auch erledigt. Weil wer in der B-Mannschaft, also U23-Mannschaft von Leverkusen in der 3. Liga eingewechselt werden muss und da noch nicht mal gut spielt. Das ist ja permanent hier so gewesen. Grottennoten ohne Ende. Wer dazu noch dieses Prädikat hat, wer ein Gestörter ist, ne? Ein Verrückter. Den muss ich mir nur wirklich nicht ins Boot holen. Erst recht nicht, wenn ich weiß, was ich für Stürmer habe. Also da kann der noch so viel Talent haben und noch so jung sein und noch so schnell sein hier und noch so einen schönen Torrichter haben. Aber irgendwas ist da faul bei dem, dass der überhaupt nicht in die Pötte kommt. Ich meine, das kann schon der Grund sein hier. Dass er sich einfach wirklich mit jedem und allem zofft. Aber na gut, wir können ja mal überlegen, mal gucken, was ihr sagt. Vielleicht sagt ihr auch, komm, hol den Kerl. Das kann nicht schaden. Wir brauchen ja wahrscheinlich noch einen Stürmer. Wenn wir dann wirklich uns entscheiden sollten, je nachdem wie die Saison vorläuft und Fran eventuell geht oder nur noch Stürmer Nummer 3, 4 oder so wird. Mit Abstrich natürlich dann galt, was nicht funktionieren wird. Ja, das war so ein bisschen ein Planspiel. Das geht natürlich nicht. Habe ich ja eben erklärt. Der wird nie im Leben, wird der einen Vertrag unterschreiben, der weniger Bezüge hat. Nicht in dem Alter, nicht in der Position, wo er momentan ist. Okay, alles haben wir gemacht. Mannschaft steht. Ich werde nochmal kurz gucken. Nicht, dass ich Quatsch eingestellt habe. Aber Schreier spielt für Steffen Lang. Das ist richtig. Ansonsten eigentlich alles auf der Bank, was muss. Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Karason. Da bin ich echt neugierig. Da will ich mal gucken, ob wir den einsetzen. Aber es schreckt noch so ein bisschen ab, weil, wie gesagt, die Stärke bei 59 ist. Aber es hat ja bei Kimmich auch nicht geschadet, ihn hinzustellen. Deswegen. So, Sumo Salo nehme ich mal mit. Ich lass mal den lang zu Hause. Der soll erstmal verlängern. Der soll erstmal verlängern hier. So, aber Abstieg will ja, dass das gehört, dass die Kürzung seines Gehalts ausgeschlossen ist. Alter Falter. Also, wenn das jetzt schon der Wert ist, den der will, dann haben wir ein Problem, weil dann werden wir sehr, sehr viele Leute haben, die bei uns anklopfen an die Tür und sagen, äh, der hat viel verdient, der verdient, der ist fast eine Million oder was weiß ich, drei Viertel Million, ich will auch mehr. Bist mein wichtigster Spieler. Stammplatzgarantie. Äh, Nationalspieler. Ja gut, man kann es ja mal probieren. Könnte ich, ne? Könnte ich. So, hier mal einiges reinhauen. Also, ein bisschen was müssen wir da anbieten. Ich denke mal, 50 ist wieder okay. Ich glaube nicht, dass es funktionieren wird. Ich glaube das einfach nicht. Abstieg 100% von mir aus. Alles, was jetzt hier uns näher bringt. Jährliche Erhöhung. Jährliche Erhöhung ist auch so ein bisschen doof, wenn der jetzt schon so viel verdient. Aber das muss man ja eh. Das muss man ja eh. Also, wenn du aufsteigst, muss einfach. Karlskürzung ist weg. Aufstiegsprämie. 50. Ah, ist das ein Fehler, was ich hier mache? Ist das ein Fehler? Muss man solche Spiele abgeben, bevor die zu viel wollen? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, der verdient ja eigentlich, sagen wir mal, nicht so wenig, wie er glaubt, zu verdienen. Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Ich habe es ja eben erklärt mit Fran. Aber warum man dann gleich fast eine Million fordern muss, nach den gescheiterten Verhandlungen von Letzt, ne? Ach Mensch. So, wir müssen natürlich jetzt hier gucken. So 1,5. Der bekommt mehr, wenn er zu Null spielt, einfach als Ansporn. Ich will einfach mal wissen, was hier runter geht. Weil der hat ja noch bis zu 15 Vertrag. Das heißt, es muss jetzt nicht unbedingt sein, ne? Ah, je, oh, je, oh, je. Grundehalt ist ein Witz. Viel zu niedrig. Ich gehe jetzt mal auf 600. Die Bezüge, ich kann ja auch sagen, hier, ähm, wo war das denn? Mit, ähm, Option für Spieler. Hatten wir, glaube ich, gehabt. Aber ich glaube, ich mache das nicht jetzt. Ich mache das nicht jetzt. Ähm, ihr habt jetzt mal gesehen, wie es da aussieht bei dem Kaspar. Und die Experten, die sich damit auskennen mit den Verträgen. Oder ich muss mir so mal durchlesen, was Romario geschrieben hat. Das war schon wirklich sehr ausführlich und wirklich, ähm, sehr leicht verständlich. Ich habe es leider jetzt nicht am Zettel hier liegen. Sonst könnte ich mir das jetzt angucken. Mach keinen Schnellschuss. Einfach nur mal gucken, was will er haben. Und, ähm, dann machen wir das in der nächsten Folge. Oder eben, wann es sich anbietet. Okay, Leute, gegen St. Pauli. Vielleicht Textmodus, vielleicht 3D-Spiel. Wir lassen uns überraschen. Bis gleich.